Musik Kundalini Yoga ist eine ursprüngliche Yoga-Form mit vielen dynamischen und meditativen Elementen. Es beinhaltet verschiedenste Bewegungen, Atmungen, Körperhaltungen auch, Mudras, das sind spezielle Handhaltungen und heilige Mantras. Musik Im Kundalini Yoga werden bestimmte Bewegungen oder Atemabfolgen mit Lauten begleitet, die wir singen oder auf die wir auch im Inneren und im Stillen meditieren. Diese Laute nennt man Mantras. Musik Ja, fühl dich herzlich eingeladen zum Kundalini Yoga-Kurs. Musik 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 Musik